Und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Hi. Hi. Genau. Ich bin ein bisschen irritiert von dem, was du jetzt gerade irgendwie gemacht hast. Der Hardcore Skin Contest steht in den Startlöchern. Wir haben unsere Map erweitert und jetzt gibt es absolut alle neuen Informationen dazu. Genau. Oh mein Gott, das wird wieder zu krank. Es wird absolut krank. Einmal kurz zur Erklärung. Vielleicht einmal kurz die wichtigsten Infos. Er wird Mittwoch stattfinden. Diesen Mittwoch. Diesen Mittwoch, Leute. Er wird um 20 Uhr starten, Leute. Es gibt 14 verfügbare Plätze, Leute. Und um 19.30 Uhr startet der Stream. Ja. Genau. Um 19.30 Uhr startet der Stream. Es wird, Leute, sagen und schreibe, 15 Themen geben. 15 Themen. Kurz zur Erklärung, Leute. Es hört sich nicht nach viel an, weil man hat nur eine Minute Zeit, aber ich glaube, das wird euch echt fordern. Ja. Ihr, passt auf. Ich komme. Ich zeige euch was. Wir haben hier das Lostöpfchen. Wir werden 15. losziehen. Genau. 15 loszuziehen während des Streams. Folgendes. Hier ist eine Uhr. Da läuft der Timer. Genau eine Minute. Ihr habt genau eine Minute Zeit, Leute. Wie das lieber hat. Ihr schafft das. Das wird euch echt fordern. Es wird euch echt fordern. Da kann wirklich nur der Beste gewinnen. Es bedeutet. Also da kann wirklich nur der Beste gewinnen. Ihr müsst richtig spontan sein. Wir ziehen ein Los. Jetzt hätten wir zum Beispiel Sport gezogen. Ja. Dann drücken wir den Timer. Und sobald der Timer läuft, geht ihr in die Unkleidekabine, sucht schnell was raus für das Thema Sport. Habt ihr es nicht innerhalb von einer Minute geschafft, setzen wir eine Falle in eure Box und ihr seid tot. Genau. Und es wird auch nur der Skin bewertet. Also keine Emozies, gar nichts. Nur der Skin, nur die Spitzhacke und nur das Rückenaktiv. Also nur drei Sachen. Genau. Eigentlich müsste man dafür... Wir brauchen das schnell rauszusuchen. 30 Sekunden. Das, das, das. Peng, peng, peng. Ja, kann ja auch schon ein bisschen schwieriger werden. So, Leute. Und jede Runde wird einer rausfliegen. Das ist ganz klar. Auf jeden Fall. Genau. Ich bin gespannt, Leute. Ja, ihr müsst euch wirklich anstrengen. Ihr müsst euch beeilen, Leute. Ja. Ja. Ähm, wir finden es aber auch schön, dass euch unser Trailer so gut gefallen hat. Boah, wir haben so lange dafür gebraucht, Leute. Ja, genau. Wir sind so glücklich, dass euch der gefällt. Ja, deswegen haben wir hier versucht, die Saws-Stimmung noch aufrecht zu erhalten. Ja. Mit dem Fliesenboden. Da liegen so ranzige Matratzen. Hier liegt noch ein bisschen Müll und hier so ein alter Handtuchhalter. Ähm, genau. Wir wollen auch versuchen, im Stream so ein bisschen brutaler zu sein. Sprich, wir werden jetzt nicht sagen, oh, tut mir leid, schade, dass du raus bist. Wir setzen die Falle und ihr seid weg, Leute. Ja, auf jeden Fall. So sieht es nämlich aus. Ähm, das wird diesmal ohne Preisgeld stattfinden. Ähm, diesem Mittwoch. Einfach just for fun. Einfach für eure Ehre, sage ich mal. Genau. Der Beste gewinnt. Ihr bekommt einen Sonderplatz auf der Wall of Winner und natürlich wieder das schöne Foto auf Instagram. Leute, ähm, genau. Ich wollte noch mal ganz kurz was sagen zum Thema Anmeldung. Ähm, bitte meldet euch unter dem Video an. Schau mal mit Epic-Namen am besten. Dann haben wir alles auf einen Streit. Genau. Und dann gibt es nichts mit, ja, ich hab bei ihr geschrieben oder ich hab bei ihnen geschrieben. Eben. Und dann haben wir vielleicht irgendwas verpasst und ja. So sieht es nämlich aus. Es gab nämlich ein, zwei Leute, die wir beim letzten Skin Contest fast vergessen haben. Aber auch nur fast, weil wir nicht, äh, noch durch sechs soziale Netzwerke gelaufen sind, um da die ganzen Nachrichten abzuklappern. Deswegen machen wir das in Zukunft bitte so. Ähm, das wird nicht nur das einzige Video. Gleich losen wir natürlich noch die Themen für den anderen Skin Contest auf. Ja, wir werden sehen. Wir werden absolut sehen. Ähm, aber ich glaube, bis dahin ist ja nett gesagt, oder? Ja. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne unter dem Video fragen. Unter dem Video. Es gibt 14 Plätze. Wie gesagt, am Mittwoch. Ja, der Beste gewinnt, ne? Jo. Würde ich sagen. Ja, lasst es die Spiele gewinnen, denn wir möchten ein Spiel spielen. Gewinnen. Ja, wir gehen. Okay. Wir klingen uns aus. Wir klingen uns aus. Tschüssi. Wir klingen uns aus.